Siki Müller Ich hörte, Sie werden diese Woche entlassen? Kommt gerade frisch aus dem Knast Und hat jetzt nur ein Ziel Wo ist die Kohle? Hab ich vergraben Aber da gibt es leider ein winziges Problem Voll Also ich stand da mal nicht noch nicht Wieso vergribst du das Schissgeld denn bitte auf einer Baustelle? Ja, ich dachte, die verlegen da bloß so Rohre Und? Ich suche meinen Heizungsgeller und grabe mich rein ans Geld Eine super Lösung Universalschlüssel bekomme ich dann auch als Lehrer, oder? Sie sind nicht verbeamtet, nehme ich an, ne? Nee, nicht schon Ich arbeite ja morgen, Ausliffslehrer Ach, wir arbeiten auch hier Mein Beileid Wegen dem Lehrerplan, können wir uns nochmal treffen Bisschen austauschen und so? Wegen des Lehrplans? Ja, hab ich doch gesagt Wir sind ein Bruder, aber Ich hab nacktmähnig an hier Wo ist das Klassenbuch? Am Schrank Ich will, dass diese Klasse unter Kontrolle gebracht wird Und jetzt hat das deutsche Bildungssystem Unterricht hat angefangen Ein Problem mehr Oh mein Gott, das ist dunkel Ey, das ist Pipki Das geht vielleicht schnell wieder raus Mach deinen Job Ich kann Frau Gersow sagen, dass du nur Filme guckst und die Kinder einst machen Ey, wie soll ich die zum Lesen kriegen? Die sind geisteskrank Wieso hast du ne Tüte aufm Kopf? Und gehen wir hin lang Gehen wir Fantasia lang Boah, bitte nicht wieder KZ Brasse jetzt Heute waren wir auf einem Ausflug Ey, bitte nicht aufwecken, Hamila, bitte Dann müsstest du aber in die Theater angehen Ja, okay, Mann Aber lassen die die scheiß Brustwarze in Ruhe Julia sofort zieht, wir ficken Zack, zack, zeig mal Mapse Wir schreiben das um, das wird cool Von den Machern von Türkisch für Anfänger Kommt die geilste Doppelstunde deines Lebens Deine Schülerin weint Chantal Ja? Heu leise Weiter rechts Wir machen jetzt Ja Sind sie Lehrer? Ab 7.11. nur im Kino